Musik So und damit herzlich willkommen zu einer anderen Folge Titanfall 2. Diesmal habe ich, der Arne und der Thomas zusammengespielt. Ich habe diesmal wieder Scorch benutzt, weil erstens einfach so, weil es sich ja mal jemand gewünscht hatte und auch in der letzten Folge habe ich gemerkt, dass ein paar Leute von euch schon Scorch ganz nice finden und ich meine, ein bisschen Abwechslung muss ja auch mal wieder sein, zumindest jetzt in den letzten Folgen mal wieder, denn wir sind jetzt schon bei Folge 98 und es ist, ja, also erstens ist es ziemlich heftig, dass ich überhaupt ein Projekt mal so lang gemacht habe. Zweitens sind es dann nur noch zwei Folgen, bis wir auf Folge 100 angelangt sind. Wahrscheinlich werde ich ab da das Projekt dann beenden. Und ansonsten, ja, habe ich noch dazu R97 benutzt. Die Runde war jetzt nicht so das allerheftigste von den ganzen Kills her oder so, aber sie hat Bock gemacht, fand ich. Also da waren schon ein paar sehr witzige und gute Kills dabei, die auf jeden Fall ansehenswert sind. Und dann würde ich sagen, jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Von da hinten. Oh what, wie habe ich den noch bekommen? Indem ich dir geholfen habe. Ja, das glaube ich auch. No! Like what? Pff, mit Wingman. Ist wieder so ein Ultra Pro gewesen, oder? Wahrscheinlich war der jetzt so Stufe 2. Was? Oh, eine Granate. Ja, natürlich. Oh fuck, hier sind alle. Ja, haha. Achso, der ist in einem Stern gestorben. Oha. Doppelkill. What? Hat das ein Nate von uns? No. Oh, ungewohnt. Diese Map. Oh Gott. Äh, diese Map. Ohne das gesamte Team zu suchen. Beziehungsweise gegen wirklich andere Spieler. Denen man sich nicht unterhalten kann. Was ist das? Yo, da sind alle in diesem Haus. Oder zumindest drei sind in diesem einen Haus. Alle? Ah, Hälfte. Ich weiß noch, welches Haus du meinst. Mit diesem einen Haus. Oh, als ob es wirklich ein Spieler war. Ich dachte, das wäre so ein Holo-Scheiß. Nein! Oh man. Ich treffe so nichts. Was geht denn bei mir? Der ist so low. Aber die sind alle tot da drin. Hast die alle weggemetzelt? Ja, die habe ich alle weggemetzelt. Nice. Oh Gott, ich muss so in Slide Hoppen wieder reinkommen. Ich war da noch nie drin. Also ich war auch noch nie wirklich Slide Hopping unterwegs, aber Momentum aufbauen, indem ich schlittere. Ja, da war ich auch noch nie drin. Wo sind die Leute denn? Also ich bin gerade gar nicht so schlecht dabei. Aber ich sehe auch irgendwie selten Leute aus unserem Team. Ja, ich auch. Ich sehe aber gerade generell selten Leute. Aber ich habe meinen Titans. Ich weiß nicht, ob ich den holen will. Nein, lass mal. Verstecken. Wie? Boah, unser Team ist halt so hart am Abkacken. Was? Wtf? Oh, wow. Wie habe ich das überlebt? Ja, natürlich. Der K-Spieler benutzt natürlich auch Turm. Ja, warum habe ich denn Scourge? Ich habe auch Scourge. Aber das wollte ich auch. Aber ich kann Scourge. Es sind beide da hinten. Nur Scourge. Ich glaube, ich habe auch Scourge. Nein. Wo sind die? Ach, da hinten ist er. Holy shit. Dank meinem Titan lebe ich noch. Der hat mich in seinem Kuppelschild gefangen genommen quasi. Schützt. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob Northstar wirklich die richtige Entscheidung war auf der Map. Ja, du hast die komplette Front zu spüren gekriegt, Tim. Ja, ich habe die komplette Ulf von dem abbekommen. Fand ich nicht so geil eigentlich. Ja, als ob. Oh, ich habe es noch geschafft. Nice. Und noch einen coolen Finisher. So mag man das. Jetzt kann ich zufrieden aussteigen. Gut, Gewalt. Holy shit, war das Ganze knapp. Ist das schön. Oh, nice. Der ist auch gefinisht. Bei mir sind zwei. Brauche ich dir Unterstützung? Äh, ich sehe es. Warte. Ich bin halt Pilot, aber trotzdem. Oh, wo ging der Feuerstern denn hin? Okay, ich bin tot. No. Dieser... Oh, der Droide K1 hat mich umgebracht. Wo ist der Droide K1? Nein. Habe ihn gerade gekillt. Oh nein, der Raunel hat K1. Ja, ich bin tot, 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 ich bin tot. Der hat gerade auch einen davon gemacht. Oh nein, der darf ich mich erwischen. Ich hätte es einfach so einen irgendwo hingeworfen. Oho. Ich habe einen Kill bekommen. Ja, so mache ich das auch immer. Unser Team ist halt wirklich hart, scheiße. So traurig. Droide K1 hat einen North Star. Ist auch der einzige Titan von denen. Wo ging das denn hin? Nice, der Droide K1 ist ausgestiegen. Wie ist das so? Ja, habe ihn, Tim. Ja, aber das ist ein neuer, aber das ist ein Dings und der wird jetzt hart zerfickt von uns, würde ich sagen. Weg mit dem. Ich habe noch nicht mal mein Schild weg. Oh, da kam eine Ult. Ne, war das unsere Ult? Ja, das war unsere Ult. Der hat dann halt versucht, einen Piloten umzubringen und hat es nicht hinbekommen. Nicht jetzt? Ja. Da oben ist irgendwo einer. Ich weiß nicht, die sind schon weggesprungen. Wahrscheinlich. Oh, ein neuer Titan. Oh, vor allem war er sagt, mich nicht freut. Let's go. Wo greift der Pilot an? Nice. Den hast du weggemacht, Thomas. Ja. Wo ist der Titan? Der Ronin tot oder was? Ich hätte ihn eigentlich finishen sollen. Jetzt haben die wieder zwei. Ich habe viermal in meinem Leben überhaupt jemanden gefinisht. Ich habe elf Finisher. Als Pilot. Als Titan weiß ich es nicht. Oh, wow. Sein Schild hat meine Ult geblockt. Okay, ich habe irgendwie einen Ausstieg getötet. Finde ich gut. Habe ich nichts dagegen. Hattest du denn nicht meinen Nuklearausstieg? Ne, ganz normaler Ausstieg. Ne, es läuft. Oh, jetzt habe ich den Scheiß verfehlt. Habe ich doch keinen Schaden. Ja, ach ne, aber genug, um einen Piloten zu töten, wenn er low ist. Oder einen Titan, wenn er sehr low ist. Oh, der hat aber einen Nuklearausstieg gehabt. Ich habe keinen einzigen Schuss getroffen. Oh. Wo ist der? Wo sind die? Wie gewinnen wir das gerade? Ich weiß es nicht, aber... Hier ist ein Schild mit vier Kills über mir, Alter. Vielleicht hat er viel Grunts gefarmt. Ja, der hat vier Titan Kills. Dann kannst du natürlich auch liegen. Ich habe wieder Titan. Oh, oh. Nein, diesmal hat er mich getroffen. Da hat er mich doch so oft verfehlt. Mein Titan spott natürlich auch da vorne, anstatt irgendwie näher bei mir. Geil, oh. Ja, ähm, das war's dann gleich mit meinem Titan. Ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt noch zu meinem Titan komme. Halt ihr irgendwann eine Batterie für mich? Ne, ich habe das mal abgestellt. Ich hatte jetzt eine Batterie, weil mein Titan ist eh tot. Oh, das war nicht so gut. Genau, mein Titan. Okay, ich habe den einen noch doomed. Der hatte Schwerzsystem. Ich bin ihm weggeflogen und habe ihn doomed. Oh Gott. Ähm, haben wir irgendwann noch Titans? Einer hat tatsächlich keinen mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Ja doch. Jetzt haben wir wieder einen. Der Typ hat mich einfach geboxt. Ich habe irgendwen mit einer Granate getroffen. Also nicht mit der Explosion, sondern wirklich mit der Granate. Ja, das macht auch Schaden. Ja, aber so ein kleines bisschen, Alter. Der Titan ist bereit. Ich aktiviere jetzt müssen wir. Eigentlich wäre es ganz geil, wenn man Titans teilen könnte. Dass man quasi eine Anfrage stellen kann. Einem Typen, der gerade einen Titan hat. Kann ich deinen Titan mal hernehmen? Schon, ja. Wäre mega geil. Allerdings ist halt dann so, wenn einer übelst der Pro ist mit Titans, dann sagt er den anderen, die vielleicht nur gut sind mit, ähm, mit Pilot, sagt er, okay, nehme ich den und den Titan. Oh, der war geil. Äh, nehme ich den und den Titan und dann wechseln wir uns halt immer ab mit den Titans. Wer setzt welchen ein, aber ich übernehme jeden Titan. So, falls es versteht, was ich meine. Komm, Reaper, geh sterben. Nice. Da hinten ist wieder der Droideka-Typ. In seinem nördlichen Stern. The fuck. Okay, got the Reaper get hurted. Okay, got the Reaper get hurted. Nein, so weit reicht es nicht. Oh, doch. Was? Alter, ich war gerade so übersteuert, oder? Das geht eigentlich. Ich habe mich selbst gehört. Ai, ai, ai. Aber als ob die Ult so weit reicht von Scorch. Was? Ich habe den zu lange nicht mehr gespielt. Auf, ja, da war ich weg. Ah, das war aber knapp. Wir hätten es noch gewinnen können. 19 Kills. Ja, nicht mit dem Team, Alter. 4 Titan-Kills. Deine Typ hat 4, äh, 4 Kills gehabt. Die Runde war aber bockig, finde ich. Ja, bis auf die Parts, wo ich im Titan war, war die Runde gut. Bei Reaper 2 Titan auf mich als Northstar im Nahkampf. Aber ich verstehe auch nicht, warum ich den Scorch ausgewählt hatte. Ich hätte im letzten Match Northstar ausgewählt. Ja, ich verstehe vor allem auch nicht, wieso du den nicht gewechselt hast. In-game. Äh, weil ich es vergessen habe und es immer nur daran gedacht habe. Als ich das halt, den halt, gerufen habe, so. Ah. Also, bei mir ging es mit Scorch eigentlich ganz gut. Und bei mir war es mit Scorch immer scheiße. Aber man sieht es ja, 0 Titan-Kills. Alles gleich. Läuftig. Boah, der eine hat wirklich nur 4 Kills. Und bei mir war es mit Scorch eigentlich ganz gut.